Musik Tom hat ein Oldtimer-Treffen organisiert. Da haben wir gemerkt, dass wir beide auf Oldtimer auch ein bisschen spinnen. Der Wunsch war dann, dass wir zusammen einen kaufen könnten. In ein paar Jahren. Und es ist dann halt schneller gegangen, als wir gedacht haben. Ich habe in einem deutschen Internetportal ein Fahrzeug direkt gesehen. Und am Samstag haben wir es gekauft, ohne dass wir das Auto live gesehen haben. Aber der schlimmste Moment war, dass diese blöde, scheisse Schraube gefällt. Wir haben gerade die Mauer abklappert. Bei dir weiss ich schon, Tom. Ja, es gab schon mal Situationen, auch bei der Restauration. Wir haben auch immer noch einen Teppich, zum Beispiel. Das war super. Zum Glück haben wir nicht mit Hilfe von Patr erzählen. Und jetzt ist das ein bisschen unser Projekt für die Beziehung. Der Beziehung. Und der Beziehung läuft zum erfolgreichsten Jahr. Da haben wir auch keinen Fetter. Alle Tage haben wir aber auch nicht gehandelt. until sieh' Wag JUDY DOET Wir sehen uns reduceden 1.0 oder oder favourite.